Ich liebe Paris! Als romantischer Trip geplant. Deine Augen leuchten heller als alle Sterne am Himmel. Cody hat eine andere geküsst. Sie ist bei einem anderen Kerl. Endet er als Tragödie. Wenn du nicht zu würdigen weißt, was ich hier auf die Beine gestellt habe, sollten wir einfach Schluss machen. Dann ist es vorbei. Seht das Finale der zweiten Staffel von Zack und Cody an Bord. Das war's! Gibt es eine Trennung in Paris? Das kann lange dauern. Erfahrt es im brandneuen Serien-Special. Zack und Cody an Bord im Disney Channel.